Dankeschön, ich begrüße Sie recht herzlich zu diesem wunderschönen Abend hier in Innsbruck. Das nächste Stück ist für das Schmusendau. Falls jemand mit einem Liebsten an seiner Seite hat oder auch nicht, dann übt es sich der Illusion, es zu haben. Das nächste Stück ist für den Stachel und wir wünschen Sie dazu gute Unterhaltung. Das nächste Stück ist für den Stachel und wir wünschen Sie, wir wünschen Sie, wir wünschen ihnen, immer ein Schönen, immer ein Schönen... wir wünschen Sie, immer ein Schönen, jeder ein Schönen, jeder eine Sitzung und ich freue mich auf Sie. Wir wünschen Sie, wir wünschen Sie, wir wünschen Sie, Musik 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 Musik